Verdammte Kacke, ich glaube ich muss zurück. Holy shit. Oh. Hätte ich doch hier irgendwas aktivieren müssen. In der Qualitätskontrolle. Wieso ist das überhaupt grün? Der Raum. Steht hier nichts. Toll. Super. Gell. Warte, warte. Gerät, Werkzeug, Waffe. Wir haben hier was übersehen. Ach komm ey, das ist doch scheiße. Ach. Ich will hier weg, lass mich raus. Das ist eine Karte. Das ist flippig aus hier ey. Das ist scheiß Alien echt. Die gehen voll auf den Sack. Die haben ewige Patrouille rumgelatscht ey. Und Patrouille für das Alien. Ich geh zur Dursten, scheißegal. Das ist ja. Ja. Darf ich rein? Hallo. Mein Gott ey. Das ist einfach nur nervt ne? ich bin was übersehen leute so noch mal zum depot ich muss mal wieder speichern ich muss speichern verpiss dich schneller was sind sie? ich schmeiß jetzt mal geräuschmacher geht das auf den sack ich habe einen geräuschmacher gesch- genau das gute ist nämlich solange das ding geräusch macht bleibt es an ihnen dort stehen dieses doof alien was einfach nur dumm ist ich habe irgendwas übersehen leute und zwar es muss hier noch eine waffe sein oder ein gerät der gerät ist immer vor der chef in dem geschäft da ist überhaupt nichts doch karte axel ja nein 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 ich versuche jetzt da den weg durch den schach zu bekommen nochmal komplett zurück ey die wollen mich doch verarschen oder unglaublich das ist ein problem hier wie komme ich hier vorbei hallo nicht jetzt bescheuert ist das denn bitte schön hier so geht das hallo hilfe ok hier kommen wir auch dahin sehr gut also müssen wir doch nicht ganz zurück moment wir haben es geschafft ja oh mein gott oh mein gott ich kann nicht glauben nicht wieder auf der station ist aggressiv nein kein bisschen lecker hat es geschafft folgt es ihnen noch ich glaube schon ich habe einen plan gehen sie richtung der labore baby wild west du hast einen plan ihr hattet so viele tolle pläne schon die mich nur in die scheiße reingeritten haben geht sie richtung labore wo sollen denn die lab ok da oben eine speicher station wäre cool tschüss ich geh wieder ich werde schon wieder getrampelt ja dann natürlich nichts für meinen flammenwerfer wie immer hm oh ein zweiten molotow cocktail wie geil ist das denn NEK das können wir gut gebrauchen cool geräuschen machen wir auch ganz praktisch Bip-bip-bip-bip-bip! Schleiße! Flammenwerferöl? Jawoll! Eine Speicherstation wär jetzt cool. Speicherstation! Speicherstation! Komm schon! Speicherstation! Speicherstation! Speicher... Station! Ich finde diese Minispiele so blöd, weil das Alien halt jederzeit hinter einem stehen kann. Nein, einfach mal einen Arsch tritt, wenn man grad da voll im Minispielchen ist, ey. So, was bringen wir das jetzt zur Lobby zu gehen? Ich muss doch wo ganz anders hin. Hä? Wieder Ladebildschirm. Persönliche Logs sich in der Hocke zu bewegen ist leise, jedoch auch langsam. Ach wirklich? Ziele aktualisiert gegen das Projekt KG348. Hm, schon muss zurück. Cool. LALALALALALALA sind wir jetzt richtig und boah ist ja voll hier aufzugsparade was los was um hivis hivis sind das die androiden oder was hilfe hilfe war ich doch eben schon da muss vielleicht gleich machen sollen mein gott 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 hier war ich doch schon mal am anfang oder da waren außenrollläden oder sieht das nur so aus alter spät ist das laut alien 1 musik wie geil ist das denn alien 1 musik oh mein gott ich will nichts sagen aber die tür dahin ist zu da wo ich hin soll finde ich nicht dufte hallo schrott dabei wie das alien kommt jetzt von hinten schnell 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 schneller 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 schnell 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 toll und dann darf ich wieder zurück oder was das system verbunden ist die ganze scheiße noch mal machen oh mein gott oh mein gott oh nein schon wieder raumanzüge was warning detachable was schon da oh hi der lebt bestimmt noch 100 pro kaputt mein was alien hat seinen spaß gehabt hier anscheinend ich gehe mal in den schacht schacht ist mal gute abkürzung um alien aus dem weg zu gehen wo muss ich hin ich bin hier gelandet ok stellen sie den strom hier ja schön wie wo boah was für ein loch hier wieder dunkel sehr einladend ist hier eine speicher station hallo flammenwerferöl sehr schön heiliger strusack wieso ist denn hier alles zu wie soll ich den strom wieder herstellen wenn ich daheim muss wo ich strom wieder herstellen muss kann ich mich verarschen hä hallo ach ich muss doch in den schacht da rein oder was ist das so ein schacht rätsel ich finde den richtigen weg im ach man jetzt muss ich echt im schacht hier rum suchen was habe ich mit meiner batterie ich sammle die ganze taschenlampen batterie ein aber irgendwie ist es schon wieder leer da lang ich nehme einfach den flammenwerfer als licht hallo so problem gelöst hier wären wir schon mal richtig aber hier ist zu äh hä hallo mich veräppeln toll toller scherz okay also muss ich anscheinend von der anderen seite echt jetzt schwer ist das denn bitte schön ich bin begeistert luftschacht parade ich bin begeistert so strom wieder herstellen ach hier kann man rein oder ja ein bisschen tätenlabor ok da ist ein schalter und da ist eine speicherstation oh gott sei dank das stimmt du wird das stimmt du 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 Untertitelung des ZDF, 2020